So, heute zeige ich euch, wie ein Regalsystem richtig aufbaut. Jeder kennt es, aber die meisten wollen da gar nicht dran, obwohl es eigentlich total simpel ist. Ja, die erste Stange ist schon befestigt. Ich habe schon geguckt, auf welche Höhe ich die haben möchte. Dann wird einfach Wasserwerk angehalten. Und dann schaue ich erstmal unten nach, ob das alles gerade ist. Wenn die Stange dann gerade ist, dann wird die Wasserwaage senkrecht dran gehalten und dann wieder ausgelotet, ob die auch wirklich gerade hängt. Es ist natürlich auch wichtig, dass es gerade hängt, sonst hat man nachher Probleme bei den Regalböden. So, nachdem ich das oben ausgerichtet habe, richte ich unten dann auch nochmal eben kurz aus. Dann nehme ich einen kleinen Steinbohrer, der auch durch die Löcher passt, von der Schiene, um die Löcher anzuzeichnen. Erst danach gehe ich hin und bohre das vor. Ich hatte jetzt, glaube ich, 6er Dübel genommen. Ja, genau. Weil die Steine eh nicht ganz so tolle waren, reichten auch die 6er Dübel. Und setze dann die Dübel ein. Und danach kommt die Stange da dran und dann die Schrauben schon mal rein. Natürlich darauf achten, dass die Schrauben auch wirklich in jedem Dübel richtig reingehen und nicht daneben hängen, die man auch festziehen kann. So, jetzt das Ganze ausmessen. Ob das auch auf der ganzen Wand dann gut verteilt ist. In meinem Falle habe ich das Glück gehabt, dass es eh 60 cm waren. Und da meine Wasserwaage auch nur 60 cm ist, konnte ich sie natürlich auch gut jetzt wieder einsetzen. Also ich setze es wieder an, unter die zweite Stange, die wir gerade befestigt haben. Habe geguckt, ob es gerade ist. So, dann die andere Stange da drauf. Dann nehme ich mir die Wasserwaage nach oben. Die Lebelle muss natürlich nach oben zeigen, damit man vernünftig da ausrichten kann. Und wenn man oben ausgerichtet hat und gerade ist, dann am besten nochmal unten dran halten, ob sich da auch nichts verschoben hat. Von der unteren Länge, wenn man dann da herumzupft an den Seiten. Ja, und nachdem das dann ausgerichtet ist, kann man wieder vorbohren und dann die Stange wieder abnehmen, die 6er Löcher bohren, die 6er Dübel einsetzen und wieder die Schrauben einsetzen. Ciao. Ciao. So, und nun kann man die Einhänge einsetzen, auf die Höhe wo man sie natürlich haben möchte und dann die Bretter einsetzen. Ich gehe immer hin und wenn ich die Bretter einsetze, schiebe ich die erst durch bis hinten, beziehungsweise kipp die so leicht, damit die vorne auch richtig in die Nase hineingehen. Damit es auch schön stabil ist zur Not, muss man halt nochmal einen kleinen Ruck hinten drauf geben, aber dann ist es schön fest. Jetzt haben wir das Regalsystem auch schon fertig und man kann natürlich x-beliebige Regale drüber bauen. Ich bin in dem Fall jetzt noch hingegangen, habe mir eine Kleiderstange oder eine Gardinenstange geholt vom Baumarkt und Lochband. Habe diese einfach an dem untersten Regalbrett verschraubt, angebohrt und so kann ich jetzt da meine Hemden, Sakkos, Kleider etc. aufhängen. Ist eine günstige Alternative und sehr platzsparend. Man braucht nicht unbedingt den teuren Kleiderschrank zu kaufen.